Das ist der Karweg. Hier wohnen rund 40 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine mit ihren Familien, seit sie vor dem Krieg in ihrer Heimat zu uns geflohen sind. Das ist der Zirkus Liberty der Familie Weiß, die mit ihrer Kunst Menschen Freude macht. Ohne Sprachbarrieren und mit ganz viel Herz. Der Zirkus gastiert zurzeit auf dem Schützenplatz in Itter nur wenige Minuten vom Karweg entfernt. Und bei uns im Rheimbogen bringen wir mit eurer Hilfe beides zusammen. Alles, was du brauchst, um einem ukrainischen Kind zwei unbeschwerte Stunden im Zirkus Liberty zu ermöglichen, ist ein Umschlag und 10 Euro. Reinstecken, gut zumachen und Zirkus auf den Umschlag schreiben. Und dann einfach bis zum nächsten Freitag in eine unserer Briefkästen, entweder im Pastoralbüro oder in den Fahrhäusern im Rheimbogen und wir kümmern uns um den Rest. Gibt's was Schöneres, als ein Lachen zu verschenken? Thank you. Welcome. Vielen Dank.